Stunde der Wahrheit, habe ich alles richtig gemacht beim UXGA Anschließen meines Pans. Es kommt ein Bild. Super. Mürtkolben, diverse Schaum. Okay. Sieht schon nicht schlecht aus. Hier ist der Login. Denkleit. Bild. Ui. Uiuiui. This is small. Rechte Maustaste. Anpassen. Installieren von Geräte-Software. Später neu starten. Bildschirmscheiße. Bildschirmaufflösung. 1600 x 1200. You watch. Okay. Ein Quantensprung. Asozial. Und Gute Nacht. Und Gute Nacht. Die Neue. Die Neue. Die Neue. Die Neue.